Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video und zwar geht es heute um den Erfolg Raven oder Nicht-Raven. Und zwar braucht ihr dafür zuallererst mal das DLC Raven The Redwoods, habt ihr das und seid in dem Spiel angekommen, startet das Spiel, dann sammelt ihr zuallererst so einen Beutel ein. Dann bekommt ihr immer von Zombies, das ist so ein bisschen zufällig, man sieht es auch hier unten links quasi an eurem Charakter, wenn ihr so einen Beutel habt. Was wir dann auch noch vorher machen müssen, ist, wir müssen den Strom einschalten. Ich werde es jetzt hier im Video nicht zeigen, weil ich denke einfach, dass die meisten Zombiespieler generell wissen, wie man den Strom einschaltet. Es ist eigentlich immer relativ einfach selber herauszufinden, ich werde es trotzdem aber eben der Beschreibung so ein bisschen genauer erklären, wie man den Strom aktiviert. Und zwar geht es jetzt darum, wir müssen jetzt an das Feuer hier den Raven Modus aktivieren und wir müssen jetzt 10 Symbole einsammeln. Das Ganze sehen wir nur in diesem Raven Modus. Ihr guckt hier einmal nach oben, dann lauft die Treppe hoch, ihr geht jetzt nach rechts, das ist nächstes Symbol Nummer 2. Dann geht ihr in diesen Raum, legt euch hin, guckt unter an den Tisch. Ihr müsst auch gar nicht draufschießen, viele YouTuber oder generell in vielen Beschreibungen wird erklärt, dass man draufschießen muss, aber es stimmt nicht. Es reicht einfach nur anzuwisschen. Dann geht ihr hier einmal raus, guckt hoch auf dieses Dach, wisst ihr da eben auch drauf, meinetwegen könnt ihr auch draufschießen. Das bleibt letztendlich euch überlassen. Dann kauft ihr hier den Weg auf, dann nehmt ihr diese Feen, das verlängert im Endeffekt jetzt euren Rave Modus. Dann guckt ihr hier auf das Dach, sammelt da noch das Symbol ein, dann geht ihr hier zu diesem PC. Da haben wir auch noch ein Symbol und dann laufen wir quasi wieder nach oben. Doch diesmal nehmen wir quasi den anderen Weg, das ist quasi die andere Seite vom Balkon im Endeffekt. Und hier haben wir auch nochmal drei Symbole drin, einmal hier rechts, da legt ihr euch eben hin. Dann dreht ihr euch einmal um, dann guckt ihr hier in diese Lücke neben den Fernsehern und dann bleibt ihr nur noch eins. Und das ist hier hinten bei Chakarnak. Sobald ihr jetzt alle eingesammelt habt, erkennt ihr das daran einfach, dass ihr jetzt hier mitten auf eurem Bildschirm EP freischaltet. In meinem Fall waren es 500, ich glaube beim ersten Mal kriegt man 1000 und der Erfolg müsste natürlich jetzt sich auch freischalten. Falls ihr es nicht schaffen solltet, mit einem Durchlauf jetzt quasi alle Symbole einzusammeln, weil ihr geht ab einer gewissen Zeit aus diesem Rave Modus raus, macht euch da keine Sorgen. Killt ein paar Zombies, sammelt wieder einen neuen Beutel ein, geht wieder an das Feuer und holt dann die restlichen Symbole, die euch im Endeffekt noch fehlen. Ich zeige jetzt hier im Hintergrund noch, wie man die Rave Musik in der Lobby aktiviert, weil das ist ja quasi das kleine Easter Egg, so dass ihr jetzt quasi immer wieder in eurem Lobby quasi die Rave Musik aktivieren könnt. Und ja, ansonsten war es das mit dem Video, ich bedanke mich fürs Zuschauen und man hört sich, ciao, ciao.